Er, Rich Tony Stream. Aber was macht Kevin denn jetzt schon wieder? Also im Grunde testen wir jetzt gleich TikTok-Gadgets, Freunde. Das ist wirklich, also heute ist es hier ein ReefTV-Stream. Nee, Kevin, das ist einfach ein Kevin-Stream. Du schiebst es immer auf mich, aber du klaust meinen Partner-Schub, klaust meine Formate, setzt dann noch zwei drauf, weil Wilbues dir vorschlägt, und sagst dann, also Entschuldigung, es wäre ein ReefTV-Stream. Nee, Kevin, ich sag dir, wie es ist. Es ist einfach, soll ich mal ganz kurz ein Kevin-Stream machen? Sekunde, ich mach ganz kurz Kevin-Stream. Okay, Chat, ist jetzt giga-cringe. Okay, giga-cringe, Chat, bitte. Ey, halt, Shut up, Shut up, Shut up, Shut up, ich muss ganz kurz machen. Achtung, Wilbues fürs Thumbnail. Was? Was? Ha, 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 Shut up, Chat, halt, ich muss das machen. Wow, Bro, was? Das, eh, Rich Kevin-Stream. Ach, sorry, mit meinem TikTok-Gadget muss ich das natürlich jetzt noch machen. Und mein Zimmer ist auch ein bisschen zu aufgeräumt, aber naja, so ist das Leben, Leute. So ist das Leben. Kein Gameplay, nur just chatting und dann auch ein Video für mich überhaupt nehmen, Bro. Das ist wirklich ReefTV-POV hier gerade. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, dass ich on-stream schlafe, meine Cam nicht geht und Seife rechts unten läuft. Digga, Digga, Kevin hat hier keine Grundlage zum Bashen, sag ich dir so, wie es ist. Stell dir vor, du hast weniger Gameplay prozentual als ich im Stream. Das ist schon nicht machbar und man verliert trotzdem bei jeder Olympiade. Bei jeder. Ey, Bro, ich will auch nicht, dass ich das nächste Mal 10-0 gewinne gegen dich. Du sollst ja wenigstens noch eine Chance haben, deswegen mache ich auch nicht so viel Gaming. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei.